Hallo Leute, wir sind wieder in einer neuen Aufnahme mit Robert. Hallo. Hallo. Ne, bist du da? Ich sag nicht hallo. Oh, bitte. Du bist für die Zuschauer. Hallo. Hallo. Ich bin wieder zu Hause. Hause, home sweet home, wie man so schön sagt. Ich gehe nicht mehr nach Hause. Ich gehe jetzt wieder in die gleiche Richtung, weil diesmal gehe ich in den Dschungel nicht runter. Und ich habe gleich den ganzen Tag vor mir, da ich gerade Anfang des Morgens loswandere. Und mir fehlen noch zwei Sternstunden, dann habe ich den nächsten Mana-Kristall. Und diese News lese ich gerade ganz gespannt vor. Ja. Und das sind die letzten zwei Sternschnuppen. Und ich kann mir noch ein Mana-Kristall machen. Das ist so schön. Und er ist voll im Voraus als ich. Das hat zwar nichts hier mehr zu tun, aber ja, bin ich. Okay, jetzt richtig. Adrenalin! Oh mein Gott. Alter. Mir fehlen noch vier Obsidian. Und der Hautsoz jetzt so voll die Schlaf-Tablette und dann Adrenalin. Du kannst schon abschneiden Absidion abbauen. Nein. Ich habe das abgebaut mit so einer Bombe. Uh, du Schlinge. Schlinge, Schlinge, Rocher, Champagne. Die Zuschauer denken sich gerade auch, was ich geraucht habe. Ja, ich mich auch. Schon wieder Shisha oder was? Ich rauche doch keine Shisha. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein! Rauche ich nicht! Ich tue es nicht! Ja, ja. Sag gleich der Richtige. Sag der Richtige. Und du auch Fickraff, weißt du? Ja, ja, ja. Und spritzt ihr Crystal Meth und so. Ja, ja. Du bist so ein richtig harter. Ja, ja. Hast du selber mal gesagt? Hä, habe ich gar nicht. Tue ich auch nicht. Du wolltest nur cool sein. Du wolltest nur zeigen, wie angeblich Hartuch sein kannst. Habe ich recht? Ich rede einfach nicht mit dir weiter, wenn du so weitermachst. Ich dachte, wir werden Freunde. Ja, ja. Dann tötze ich mich jetzt. Nein. Natürlich nicht. Ich stehe mir so vor. Ja, ist gar nicht wahr. Ich dachte, wir werden Freunde. Da hast du mal gehört. Ich vergaß zu springen. Okay. Nein, sonst wäre ich gerade ertrunken vielleicht. Oh, du hast mal solche für dich mit Leid schieben. Ja. Muss ich aber nicht mit Spreis. Oh, nee, geil. Oh, nee, geil. Oh, nee. Oh, nee. Das nächste Item, ja, nee. Oh, nee. Wir brauchen endlich mal Besseres als Gold. Wir brauchen endlich mal Spiegel, ey. Das fackt richtig, aber auch. Ich versuche jetzt einfach in einem Rutsch über durchs Jungle Biom durchzulaufen und hoffe, dass du nach Wüste kommst, Decker. Und ich lasse gerade Wasser abschließen. Cool bist du. Decker. Skelet, Skelet. Skelet und Prima? Nein. Oh, das ist traurig. Oh, jetzt würdest du das sterben. Oh, nee. Oh, geil. Da ist ne Fledermord hinter mir. Hinter mir. Boah. Du bist mir in meiner Kaffee. Ich bin vor der Karte. Da kann ich nicht. Meine Oma fährt in Hörner Steinmotorrat. Ja, tut die das? Hat denn Oma in Hühnerstall? Ist ja interessant. Echt? Nein, nur ein Auto. Wohl, Papa, hat meine Oma ein Motorrad? Wie behindert der das fragt? Okay, nein. Das hätte ich dem eine gegeben, Alter. Mit der flachen Hand gegen die Wange. Einfach so ne richtige Schelle. Also, mein Opa ist mal Motorrad gefahren. Das ist okay. Dein Vater will nicht, dass ich Motorrad fahre. Der ist früher selbst mal Motorrad gefahren und hatte nen Unfall. Ja, meine Mutti hat früher auch mal Motorrad gefahren und ist dann... ...unfall. Ich musste dann genäht werden im Gesicht. Ja, mein Vertraut der hat da so ne Narbe. Meine Mutti nicht. Vielleicht sind wir gegeneinander gefahren. Ey, vielleicht, was das für ein Zufall wäre. Wir treffen uns so auf dem Minecraft-Sabor. Ja, ja. Hi, hi. Und dann... Oh, wir wissen, ja, wir haben gegeneinander gekracht. Sachen dann unsere Eltern. Ah! Jetzt sind auch die Alterszeitungen, als wir gegeneinander gekracht sind. Nein, 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 we'll always love you. Oh, mein Gott. Kann ich mich schön singen? Soll er Brust und Umbrella? Was? Diesen, äh, Regenschirm. So ein schön. Mit dem du gleiten kannst. Nö. Mit dem du richtig tief reingleiten kannst. Oh, ich stehe grad fast zwölf Platinum weggeschmissen. Er fährt dann schon irgendwie scheiße. Ich hab ne schwarze Linse. Was? Ich hab ne schwarze Linse. Cool bist du. Ja. Finde ich mehr mich auch. Ha 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 ha. Boah. Habe ich noch einen Strahlentrang? Mich fuck diese Dunkelheit ab. Oh, ich hab sogar noch zwei. Bevoll der Harte. Ich bevoll der Bad Boy. Brudi! Brudi! Bad Boy. Bad Boy. Oh, Bad Boy, Bad Boy. wird in der dritte und er hat ein paar jungen an den ländern ich weiß nicht ob so gut so der text ist aber ich schätze du schätzt es uhr das ist alles schätze zu wenig mehr zu viel zu wenig ich hätte mich 1 auf 3 stell dir vor zuschauer müssen er gibt es so ein let's player da müssen die zuschauer rein schreiben in die kommentare was sie ihm für das let's play für eine zensur geben wer voll scheiße oder jemand der sollte ein video vorstellen was er selber gemacht hat youtube geben sie mal auf youtube geben sie meinen kanal ein und dann zeige ich ihnen mein video dann zeige ich ihnen mein pimmel was äh ok voll der krasse ey voll der bad boy alter ja hashtag hashtag pimmel lutschen oh das war aber jetzt nicht nett was ich glaube das wäre total nett das war nicht warte ok das sage ich jetzt lieber nicht sonst kommt hier der oberste rage alter rage mode ich wollte sagen das mache ich ja immer mit meinem bruder ich habe übrigens gerade äh ich habe zwei zerfetzte stoff hast du ein goblin getötet ja und hab von dem zwei bekommen ich verstehe es nicht ähm die geben manchmal eins manchmal zwei echt können die zwei geben wusste ich gar nicht ja man selten geben sie auch noch drei was das ist ja voll boshaft ja oh ne 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 will ich nicht ok rechts kommt auch das crimson oh ne oder oder ich habe jetzt eine fernkampfwaffe eigentlich könnte es jetzt gehen ich versuche mal durch zu rushen ich werde hier wahrscheinlich zum combat locker ich weiß nicht guck mal ob ich es ohne schaffe aber ich es kann sein dass ich mich eben mittendrin aus loggen muss weil ich zu große angst habe oh soll ich dich drücken ich bin am überlegen unten rein zu gehen und zwei von den drei kugeln zu zerstören um die waffen zu bekommen er hat unten gesagt ja mach das mal lieber also unten sind doch die ganze monster oder äh kann sein ich gehe da lieber jetzt noch nicht nach unten oh ich komme in beach nähe das heißt nach rechts ist es nicht ok ich habe es dir doch gesagt halt deine schniss hast mir nichts gesagt du meintest die ganze zeit ja wahrscheinlich ist es nach rechts ok hier sollte ich vielleicht noch nicht hin mit meinem equiptlichen trink hier dann sonst der leuchtet ich werde sterben ich werde sterben ich werde sterben ich werde sterben ich bin tot dann probier es darunter zu gehen ich denke mir einfach nur jolo da komme ich nicht runter was da komme ich nicht runter ich bin so weit unten gewesen ja dann hast du deine sachen verloren ich habe dir die ganze zeit gesagt geht nicht so weit nach unten sind wir schon mit der folge zu ende doch nö man ist doch scheiße ja da trifft das stichwort no risk no fun irgendwie nicht zu vor allem wenn ich sage wenn ich sage ich sterbe dann sterbe ich einfach nur ja dann darfst du es einfach nicht mehr sagen die spinne kann voll gut ausweichen die spinne kann voll gut ausweichen aber eigentlich würde ich das gerne benutzen weil ich hier unten bin das nächste nehme ich dir mit dann habe ich jetzt nämlich 300 leben ich habe hier unten ein bisschen leichteres spiel zumindest dafür nehme ich dir eine von den waffen mit die kannst du dann haben danke ich sterbe da ist noch ein Herzstück ok das kriegst du dankeschön und eine Waffe bitte ach Junge ich muss mich hier erstmal durchkämpfen wir sind überall Spinnen die spinnen die spinnen ich habe glaube ich nicht mal genug Bomben mit muss ich mal gucken je nachdem wie es läuft oh mein ganzes Obsidian ich hatte mir so viele Pläne gemacht ich kann eine Waffe holen wenn ich die Explosion gut time ok ok ja ich glaube die eine Waffe ist mir sicher ich habe keine Lust mehr zu leben ich springe jetzt der Undertaker ist das nicht diese Waffe das ist diese Schusswaffe das ist gerade so ein hässlich Face-Typ das ist gerade so ein hässlich Face-Typ in mein äh Loch gekommen haha ich frage mich wieviel mal ich gestorben bin zu oft ich würde dir zwar helfen aber ich bin am Arsch der Welt und ich glaube das ist dir keine große Hilfe 7000 Meter weg oder 7000 Fuß ja je nachdem was was ist ja ich habe eine erste Schusswaffe achso warte die wollte ich ja dir geben hm das war ein Herzstück ja das für mich ja ok wenn ich jetzt noch mal sterbe dann mache ich das in Zeitlupe ha was nur wenn das ein besonderer Tod ist lalala ach ok ich glaube das packe ich wirklich in Zeitlupe lalala 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 ich weiße so oh das noch ein Herzstück alter was da los hast du dich voll aus ok ich glaube ich muss noch mal von neu anfangen naja du hast schon ein paar mehr Leben und so sei mal kurz leise lalala 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 Spasti fuck block fuck fuck was ja was ok wenn ich sterben sollte sagt meiner Mutter ich hab sie geliebt ralala lalala 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 mein Leben hat keinen Sinn mehr ho 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 mein Leben hat keinen Sinn mehr mein Vater muss sich auch fragen was bei mir abgeht ok wenn ich sterbe hol ich mir meine Sachen mit dem Hauptaccount weil mir die Spinnen hier zu krass rumlegen ich töte die und die sind direkt wieder da darf ich auch mit meinem Hauptaccount drauf nein ja und warum du ich meine wenn ich ich ne ok mach ich auch nicht dann ok ok hier baue ich mich jetzt gleich zu nachdem ich das Teil getötet hab und mir sein Teil geschnappt hab höhöhö oder warte ich kämpfe noch bis der Timer zu Ende ist ok und ich fange nochmal von neu an oh junge oh das ist sogar noch eine Goldkiste zum Glück bin ich noch hier lang gegangen los töt mich töt mich Slime echt du lässt dich von einem Slime töten so verzweifelt ja ein Spiegel ein Spiegel haa du hast das gefunden was du wolltest timer ich port mich gerade nach hause mit dem Spiegel und dann würde ich sagen ist die Aufnahme zu Ende und bis zum nächsten Mal was up ja ah ich drück schon wieder FF ich drück schon wieder FF